Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte mich zu drei Themen äußern. Erstens zum Thema Verfassungsschutz, zweitens zum Treffen der europäischen Finanzminister, das heute stattfindet und drittens zu den Ergebnissen unserer Vorstandssitzung vom Wochenende. Wir haben ja alle am Wochenende gehört, dass der Verfassungsschutz die Abgeordneten der Linken intensiver beobachtet, als wir das bisher wussten. Es gibt eine Liste mit 27 Bundestagsabgeordneten, also quasi ein Drittel der Fraktionen und weiteren Landtagsabgeordneten, elf Landtagsabgeordneten. Und ich glaube, dass viele Bürgerinnen und Bürger, als sie das gestern erfahren haben, folgenden Eindruck in sich aufgenommen haben. Wir haben einen Verfassungsschutz, der rechtsextremistische Terroristen, neofaschistische Terroristen gewähren lässt, sogar mit Geldern ihre Tätigkeit ermöglicht. Und wir haben auf der anderen Seite einen Verfassungsschutz, der eine demokratisch gewählte Linke, bespitzelt. Die Vorgänge der letzten Wochen und Monate und vor allen Dingen noch einmal die neuen Meldungen vom Wochenende stellen aus meiner Sicht für den Verfassungsschutz die Existenzfrage. Man kann diesen Verfassungsschutz ja eigentlich nicht mehr als Verfassungsschutz bezeichnen, sondern man müsste richtiger sagen, es ist ein Inlandsgeheimdienst. Unsere Verfassung wird nicht geschützt, sondern unterminiert und infrage gestellt. Und ich möchte an dieser Stelle daran erinnern, wie unterschiedlich ja auch umgegangen wird mit Politikern in diesem Land. Wir haben häufig den Aufruf von ganz vielen, auch aus Parteien, die nicht die Partei Die Linke sind, den Aufruf, sich Nazis entgegenzustellen. Und nur wenige Politiker machen das dann auch wirklich physisch. Und die Reaktionen sind häufig sehr drastisch. Ich will das mal zusammenfassen, was allein in den letzten Wochen geschehen ist. André Hahn, Fraktionsvorsitzender der Linken im Landtag Sachsen, hat eine Strafe bekommen von 3.000 Euro. Er wird dagegen natürlich vorgehen. Er wird sich das nicht gefallen lassen. Einspruch erheben. Bodo Ramelow, Fraktionsvorsitzender der Linken im Thüringer Landtag, hat nach der Aufhebung seiner Immunität auch eine Strafe über 3.400 Euro bekommen. Auch er wird dagegen vorgehen. Und im Hessischen Landtag steht bevor, dass die Immunität der Fraktionsvorsitzenden Janine Wissler und Willi von Euen, also eine Doppelspitze gibt es dort, aufgehoben wird. Der Hauptausschuss des Hessischen Landtages hat diese Entscheidung vorbereitet. Und es spricht im Augenblick nichts dagegen, dass der Landtag im Plenum anders entscheidet. Und wenn wir das einmal vergleichen, stehen wir vor der Situation, dass rechte Gewalttäter toleriert und mitfinanziert werden. Und die demokratische Linke, die dagegen Widerstand leistet, wird kriminalisiert. Ich finde, dass man auch sehr deutlich darauf hinweisen muss, dass durch die Beobachtung, die Bespitzelung unserer Partei bzw. Abgeordneter der Partei Die Linke, die parlamentarische Arbeit auch sehr stark und massiv eingeschränkt wird. Denn jeder Bürger, jede Bürgerin, die jetzt zu einem Abgeordneten in die Abgeordnetensprechstunde gehen, ihn anrufen, Briefe schreiben, mit Problemen sich an die Abgeordneten wenden wollen, stellt sich natürlich die Frage, welche Auswirkungen hat das auf mich? Erfasst das auch der Verfassungsschutz. Und wir halten diese Beobachtung, Bespitzelung für einen rechtswidrigen Angriff nicht nur auf unsere Partei und unsere Abgeordneten, sondern das ist ein Angriff auf die parlamentarische Demokratie. Wir haben heute Morgen auch mit den Vertretern des Fraktionsvorstandes der Fraktion Die Linke im Bundestag beraten, wie wir im Parlament darauf reagieren. Wir werden in dieser Woche eine Aktuelle Stunde zu diesem Thema beantragen und der Fraktionsvorsitzende der Linken, Gregor Gysi, wird sich auch an die Bundeskanzlerin und den Bundestagspräsidenten wenden. Ich glaube, dass nicht nur Innenminister Friedrich sich äußern muss, ob er persönlich auch diese Beobachtung und Bespitzelung angewiesen hat. Ich finde auch die Bundeskanzlerin, Frau Merkel, ist gefordert, hier ein klares Wort zu sprechen und dafür zu sorgen, dass diese Beobachtung der Linken endlich eingestellt wird. Ich persönlich halte das für einen Angriff auf unser Grundgesetz und die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Zweiter Punkt zum Treffen der Finanzminister. Wir erfahren ja jeden Tag Neuigkeiten über die Euro-Krise, über die Situation der einzelnen Länder und unser Eindruck ist, dass zu wenig und nicht entschlossen genug gehandelt wird. Auch die geplanten Veränderungen des EU-Vertrages werden zu keinen Lösungen führen. Wir haben im Augenblick die Situation, dass die Kanzlerin versucht, die Agenda 2010 auf die anderen Länder zu exportieren, in die anderen Länder zu exportieren, ob diese das wollen oder nicht. Und die Vorstellung, dass man allen Nationalstaaten eine Schuldenbremse aufzwingt, ist zu übersetzen mit Killen der Konjunktur. Was wir brauchen angesichts der Rezession, ist nicht das Killen von Wirtschaftsentwicklung, sondern ganz im Gegenteil die Ankurbelung. Wir als Linke wollen, dass dafür gesorgt wird, dass der Bankensektor wieder das tut, wozu er da ist, nämlich der Realwirtschaft Geld zur Verfügung zu stellen. Und wir wollen, dass sich die europäischen Finanzminister zusammensetzen und einen Rettungsschirm in Europa für die Menschen entwickeln. Und dazu gehören aus unserer Sicht auf europäischer Ebene Mindeststandards, die ein menschenwürdiges Leben ermöglichen, Mindestrenten, Mindestlöhne, soziale Sicherungen und eine Einkommensbesteuerung, die auch Geld in die Taschen bringt. Wir haben ja in der vergangenen Woche und eigentlich seit Beginn des neuen Jahres wieder viele Äußerungen von Frau Merkel gehört zur Frage Finanztransaktionssteuer. Sie hat betont, dass sie persönlich sehr dafür wäre. Dann kann ich Sie nur auffordern, das auch endlich durchzusetzen und nicht von einer FDP, die in Auflösung begriffen ist, das Schicksal Europas abhängig zu machen. Herr Schäuble wird sich ja heute auch mit seinem französischen Kollegen extra treffen und über die Angleichung der Unternehmenssteuern sprechen. Und wenn wir schauen, wie weit die Raten auseinanderklaffen, zum Beispiel gibt es in Deutschland eine Besteuerung von 30 Prozent, in Irland nur 12,5 Prozent, sehen wir, dass es hier Handlungsbedarf gibt. Und man hat zwar Irland unter den Rettungsschirmen gezwungen, aber nicht die Anhebung der entsprechenden Steuern gefordert. Griechenland ist, wie wir alle erfahren haben, in einer dramatischen Situation. Und wir denken, dass Griechenland nur geholfen werden kann, wenn nicht weitere Kürzungsauflagen Griechenland aufgedrückt werden. Und ich glaube, dass sehr verständlich ist, dass der italienische Ministerpräsident Monti nicht in die griechische Situation gezwungen werden soll. Die Kanzlerin Angela Merkel versucht, Italien auch in die Griechenlandfalle zu locken. Und Italien ist gut beraten, sich nicht in diese Falle locken zu lassen. Im Augenblick ist ja die Bundesrepublik das einzige Land, was von der Euro-Krise noch profitiert. Denn wenn wir uns die Zinsen anschauen, die für Anleihen erhoben werden, dann sieht das sehr günstig aus für die Bundesrepublik. Dritter und letzter Punkt, Parteivorstand. Wir hatten am Wochenende eine Sitzung unseres Parteivorstandes, die erste große Sitzung in diesem Jahr. Und wir haben uns natürlich mit der aktuellen Situation beschäftigt. Und da gibt es ja nun in jeder Woche etwas Neues. Das Neue der vergangenen Woche ist, dass auch im Saarland Neuwahlen stattfinden werden. Wir haben uns dazu verständigt, natürlich alles das zu tun, was wir können, vom Parteivorstand aus unsere politischen Freunde im Saarland zu unterstützen. Die Entscheidung, Neuwahlen durchzuführen, ist aus unserer Sicht die logische Schlussfolgerung, die man nur ziehen kann aus der Situation, aus dem Ende einer Koalition. Nach dem Auftritt von Heiko Maas und Annegret Kramp-Karrenbauer hatte ich den Eindruck, dass sich die große Koalition nur noch bestätigen lassen will. Für uns als Linke ist klar, wir sind daran interessiert, dass im Saarland soziale Gerechtigkeit herrscht, dass es möglich ist, einerseits die Schulden abzubauen, aber andererseits Sozialabbau zu verhindern. Und darum wäre es sehr sinnvoll, im Saarland unter dieser Prämisse auf eine Koalition aus Linken und SPD hinzuarbeiten. Dann könnte man auch im Bundesrat größeren Druck ausüben zur Änderung der Steuerpolitik auf Bundesebene. Und die SPD wird sich nach der Wahl sehr gut überlegen müssen, ob sie wie in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern in Berlin zum vierten Mal ohne Not in eine Koalition mit der CDU geht und dadurch auch das Signal in Richtung Bundestagswahlen, sie wollen eine große Koalition haben, unübersehbar setzt. Wir haben uns in dem Parteivorstand auch verständigt, dass wir zwei Oberbürgermeisterwahlen besonders unterstützen wollen. Das ist zum einen die Oberbürgermeisterwahl in Rostock in Mecklenburg-Vorpommern. Dort kandidiert Kerstin Liebig. Sie war in Berlin Staatssekretärin für Arbeit und Soziales und hat durch viele Jahre Erfahrung auch in der Berliner Kommunalverwaltung zum Beispiel im Stadtbezirk Friedrichshain-Kreuzberg viel anzubieten und vorzuschlagen. Rostock ist ihre Heimatstadt und wir unterstützen in Frankfurt am Main den Oberbürgermeisterwahlkampf und unterstützen die Kandidatur von Janine Wissler, die ich ja vorhin schon einmal erwähnte, als Oberbürgermeisterkandidatin. Des Weiteren haben wir uns im Parteivorstand mit der Frage, wie kann man in Zukunft in der Bundesrepublik Deutschland als Mieter sicher wohnen, auseinandergesetzt. Wir hatten als Gast den Präsidenten des Deutschen Mieterbundes, Herrn Dr. Ripps, eingeladen und haben uns dazu verständigt, was unsere Schwerpunkte sind. Wir wollen bezahlbare Mieten, wir wollen einen öffentlichen Sektor, wir wollen kommunalen und genossenschaftlichen Wohnungsbau unterstützen und wir wollen dafür sorgen, dass Spekulationen in dieser wichtigen Frage unterbunden und eingeschränkt werden. Das Besondere ist natürlich in den Großstädten zu beobachten, dass es eine Verdrängung gibt. Auch hier wollen wir uns dem entgegenstellen. Zu vielleicht etwas internen Problemen werde ich mich abschließend äußern. Wir haben ja, das ist ja von einigen Medien schon vorab berichtet worden, den Bericht der AG Vergütung entgegengenommen. Wir haben diesen Bericht zur Kenntnis genommen als Parteivorstand, denn die Entscheidung, welche Parteiämter, wenn ja, wie vergütet werden, ist ja für diese Legislaturperiode des Parteivorstandes beschlossen. Und es liegt dann an dem neuen Parteivorstand, der in Göttingen Anfang Juni gewählt wird, dann zu entscheiden, erstens, welche Ämter im Parteivorstand hauptamtlich ausgeübt werden und welche Vergütungen dafür auch vorgesehen sind. Die Medienberichte sind aber zutreffend, die uns das Rechnen abgenommen haben, was also anderthalbfaches der höchsten Tarifgruppe betrifft. Und ich glaube, wir sind dort jetzt für eine sehr offene und transparente Diskussion gut gerüstet. Ich weiß nicht genau, wie das in anderen Parteien aussieht, aber zumindest ist mir bekannt, dass wir dort als Linke nicht am oberen Ende des Spielfeldes mitspielen. So viel. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das?